Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns Ihre Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal kommen von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal. Los geht's! Karriere Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihre Selbsthilfegruppe Sie heute im Stich lässt. Vielleicht wird Ihnen eine Aufgabe gestellt, für die Sie nur wenig Anleitung erhalten. Machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie Vertrauen in sich selbst, Ihnen wird nichts aufgetragen, was Sie nicht selbst erledigen können. Gesundheit Nichts kann Ihre Seele so aufmuntern wie frischer Saft mit viel Ingwer darin. Gönnen Sie sich in dieser Saison eine der großartigsten Erfindungen, die der Mensch je gemacht hat, einen Entsafter. Wenn Sie noch nie Ihren eigenen Saft hergestellt haben, werden Sie sich freuen. Wenn Sie ihn schon in Restaurants getrunken haben, werden Sie ganz neue Dimensionen der Selbstliebe erleben, wenn Sie ihn in Ihrer eigenen Küche oder gar in der Badewanne trinken. Karotte, Apfel und Inga-Wurzel sind eine wunderbare Mischung. Liebe Was auch immer die Ursache für das Problem zwischen Ihnen und einem geliebten Menschen heute ist, Sie werden sich viel besser fühlen, sobald es geklärt ist. Die aktuelle Astralenergie deutet darauf hin, dass Sie ein Hindernis für eine echte Kommunikation zwischen Ihnen spüren, was für Sie immer schwierig ist. Kaufen Sie zunächst ein kleines Geschenk oder führen Sie Ihren Partner, wenn möglich, an einen besonderen Ort aus und sprechen Sie dann vorsichtig das Thema an, das Sie bedrückt. Die Barriere wird mit Sicherheit fallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlassen Sie gerne ein Kommentar. Bis zum nächsten Mal.